Willkommen, wir sind in 20 Minuten Till Dorn und spiel mal ein bisschen weiter. Oh. Drei neue Charaktere. Ich höre einen Raben, der einen Fluch auslöst. Der Fluch verursacht Schaden in Höhe von 200% deines Waffenschadens. Ich höre regelmäßig Tentakeln, die Gegner für 30 Sekunden angreifen. Überleben. Ich glaube, ich schalte nur den jetzt bei. Ich muss mir überleben. Ah, das soll bestimmt heißen, überleben den Tempel. Ja, mit wem spielen wir jetzt? Ich spiele mit dir. Oh, welche Waffen. Möbelsturmspferd. Salvo-Messer. Besserungspfohle. Okay, die... Kriegen sie den... ...Gegner. Nehmen wir wohl Doppel-SMGs. Können wir mal sehen, wie das ist. Können wir jetzt den Tempel, damit wir die andere freischalten können. Haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt. Dann wollen wir mal sehen, wie das ist. Mal jetzt wieder dran denken. Nachlade-Geschwindigkeit. Und sowas. So, ja. So, ja. Heiliges Hild. 35% Chance Flucht zu fangen. Heilige Künste. Das ist gut, wenn wir nachladen. Okay. Okay. Wir machen wohl Doppel-Schaden. Doppel-Schaden. Ja. Das war direkt neu. Ne. Wir haben vier Herz-Container und nur zwei Herzen. Hier. Weil das Nachladen dort riecht. Ach, es ist so früh. Dann nehmen wir die Sensor. Die Rache ist schon gut. Die Rache ist schon gut. Das dauert jetzt zwei, drei Minuten. Oh, hier gibt's Wände. Tempel. Waffenschaden. Nachlade-Geschwindigkeit müssen wir auf jeden Fall nehmen. Das werden wir hier ja schaffen. Halten wir direkt neuen Charakter frei. Cool, das ist noch, also das Update zu füllen. Los Angeles undisoft hat der Kakut. Waffenschaden rück досch Bei der Kacklung. so eine neue Sekunde, als du einen Segel herrst also ich schieße gerade nicht also das spiel hat jetzt ich glaube dass die aufkommen haben wir irgendwas freigefolge ich ja nicht oder ja der drach ist noch nicht freigeschaltet aber trotzdem schon mal ein upgrade für ihn nehmen also diese großen sind aber schwierig zu töten dass die gegner explodieren macht das irgendwie nicht besser die großen sind aber heftig vielleicht klingt ja ein bisschen was aber aufpassen dass wir nicht in diesem explosionsradius sind wir haben einen seelenherz gerade eingesetzt bekommen das ist aber im großen sinn aber echt herrlich ich bin gucken elektro käfer oder ingriffstempo alle 60 drachen da ist eine kiste der drach ist geschehen nebi kugelhage projektive plus 2 feuerrate minus 31 treuung plus 40 ich werde die feuerrate jetzt erhöhen vielleicht nicht so mal laufen rumschauen ja das ist ja die sache also das wäre man nur beim nachladen aber ich kann das ruhig mal nehmen es sind aber viel zu viele von diesen großen gerade die segelnherzen verschwinden in einer natur vielleicht sollten wir uns ein bisschen schneller machen noch mal gucken was das nächste upgrade sagt ne kugeln verursachen plus den schaden jedes seelenherz was du im körper hast ja das ist jetzt nicht so gut weil wir ja keines haben hand 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 finden guter freund ja nehmen wir fluch oh nein ich habe unten auf die großen geachtet aber wir haben auch dauerhaft geschossen keine ahnung wie wir das umgekriegt haben das ist ja eine fähigkeit wollte ich jetzt nicht nutzen von ihr da was als so die sache ist ja direkt der drache da nehmen wir einen drachen wenn nicht dass dieses der fehler gerade im spiel schon behoben wäre dass sich dauerhaft geschossen hat ohne nachzuladen also das nachladen war ja fast weg verzögerung so wieder das viel herz schaden runter ist natürlich auch so toll ah das ist nicht so gut nehmen wir das schild wir werden hier ganz schön aufgetroffen können wir ja zum glück noch verbessern ich habe jetzt auch nicht wirklich gesehen dass der drache geschossen hat hier direkt den bester freund noch ein bisschen sehr langsam nicht unbedingt das mit dem nachladen nicht reingekommen ja hier erstmal bewegung die fähigkeit ging bei so wenig schuss irgendwie gar nicht da ist es gezielt in eine richtung schließen schon besser magische sense ja wir nehmen die sense im letzten mal wo wir den ich brauche rehbrauch wie auch immer sind hier da waren wir ja so groß da haben wir ja leider gar nicht mehr gesehen dass wir eine sense und die späre hatten ach gut ich brauche gar nicht drauf schießen finden sich selber so Heuerrater Wegweite die Sense macht jetzt auch Fluch wenn sie trifft diese großen sind echt gefährlich oh Gott das ist aber nicht so gut das ist die Sense dafür sorgt dass die explodieren so was war denn hier Laufgeschirr Vögelsturm im Laufgeschirr nicht gehört oh nein wo ist denn wenn er echt gefährlich den Bewegungsgeschwindigkeit Land verursachen Angriffsgeschwindigkeit der Geisterfreude oh nein schießt doch das ist hier auf der Karte ganz schön schwierig denn eigentlich dass wir nur zwei Herzen haben probieren wir probieren mal das Dorfbeschirr um zu gehen und war mit Ehe wir müssen ja trotzdem Dunkelheit 1 und wir wollen ja den Charakter freischalten noch fraglich wie wir die anderen freischalten naja so verwandelt schneller einsammeln wenn wir blinken müssen wir aufpassen schneller schneller sind wir gut spitze und wir haben Rückstoß wenn wir uns zurück verwandeln das ist sehr gut vielleicht bin ich auch einfach irgendwo hoch um den anderen Charakter richtig zu spielen aber bei einer begrenzten Karte ist ja natürlich ein bisschen schwieriger mit den Gegnern für Käfer weil dieser Explosionsradius der ist ja natürlich gut hoch hier müssen wir jetzt wieder nur aufpassen das wenn wir verwandeln also verwandeln bevor die unserer Nähe sind aber jetzt kommen die Explosionsfinger wieder ja der Blitzschaden wird erhöht auf 12 Lockungsbereich auch noch wir erhöhen die Sichtweite das ist auf der Karte hier schon sehr gut das wird gleich sehr problematisch bei den großen Explosionsfinger weil wir jetzt nur ein Herz haben mit dem Charakter hier die Sichtweite 15 Schaden von Glanz verursacht und alle Effekte deiner Schüsse und die Effekte haben hier noch keine Schüsse dann werden die in unserem Bereich auch eingefahren zum Teil das ist ja sehr gut weil der Rückstoß ist halt sehr da Füllenherz noch mal ein bisschen nicht nur einfrieren und Fluch auch nicht schlecht wenn die Posten gleich kommen die sind ja sehr schwierig zu töten momentan noch wenn wir mehr Schaden benötigen versuch mal hier in der Mitte zu bleiben oh nein das war aber schon wieder die sterben nicht wenn Blitze in Gegner einschlagen hast du eine 20% Chance deine Munition um 3 aufzufüllen Schadenverflucht wird um zusätzlich 100% Geschossschaden erhöht ich nehme glaube ich das mit dem Blitz ey wir haben den Blitzkäfer zusätzlich zu den normalen Blitzen ich dürfte dann ohne einiges ausmachen wir haben halt nur ein Herz das darf ich nicht vorsichtig sein jetzt gut jetzt haben wir Frost ja genommen dann können wir das jetzt mit diesem Glanz nehmen ich weiß nicht ob der Drache jetzt noch Grunde nehmen lieber Elektrokäfer genau ein bisschen auf Blitze Frost und sowas klingt auf der Karte wohl am meisten wenn zwar diese großen nicht getötet kriegen Waffen Schaden das ist gut das reichen mit dem Seelenherz hier ist Brand mehr Waffen Schaden oh nein oh 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 gut wir haben es verwandelt Charaktergröße ah ja das hat man letztes Mal da haben wir dann nichts mehr gesehen Bewegungsgeschwindigkeit und Beschwörungsschaden sehr gut die geht halt echt auf die Beschwörung ist das mit diesem Elektrokäfer echt gut und mit der Waffe die wir ausgewählt haben aber jetzt werden wir wieder halt leichter getroffen dann wieder nicht so gut Frost ja okay Mausch Linse spät ja wir nehmen Frost hoffen dass wir gut viele Kicker einfrieren die dann auch noch vom Blitz getroffen werden jetzt der Rückstoß natürlich gigantisch weil wir größer sind schon was für sich und die Blitze dann können wir uns halt schneller verwandeln weil wir ja nur zwölf Schuss haben das so denke ich schon gelöst ja der Schaden von Glanz wird verdoppelt das nehmen wir erstmal haben noch mehr Sichtweite jetzt das ist sehr gut und dann werden wir wohl die Blitze vielleicht nächstes mal nehmen das Upgrade dafür wenn sie uns angeboten wird großen sind natürlich ja da Benzungen okay das ist nur so schön mal gucken dass wir die großen gut schnell Krieg bekommen die haben echt einen übelsten Radius bei Explosion wenn sie nur zur Seite drücken das verschmettern wenn Gegner die von Frost betroffen sind getötet werden explodieren sie und verursachen allen nahen Gegnern 7% ihren maximalen Lebenspunkt nehmen wir aber sowas an mit unserem Sichtfeld haben wir jetzt auch einen Großteil der Karte abgedeckt das ist sehr gut ob man im Endlosmodus auch auf der Karte spielen kann oder ging das nur auf der normalen Standardkarte also die Runen sind ja deaktiviert oh ein anderer Gegner also ein Boss oh das ist jetzt aber das war aber sehr knapp wenn man wieder die so Kugeln schließen mag ich gar nicht Waffenschaden Waffenschaden ist immer gut nehmen wir mit auch wenn wir sie alle umrennen in der Boss hin oh oh aber oh ein paar Erfahrungspunkte einsammeln können wir ja nach dem Lauf mal gucken ob Endlos hier auch ging wie gesagt da sind ja die Runen dann deaktiviert oh nein oh ich glaube mit dem Charakter hier ist das echt am besten so und werden wir noch einmal gucken ob der Endlos auch geht hier und Endlos kann da eine Karte wählen nein ah ok das natürlich aber eigentlich ok ich meine wissen wir jetzt auf ähm wie ist die Karte jetzt Tempel ne ja Tempel und Kürbisfeld haben wir nach uns noch nicht angeguckt Tempel müssen wir schaffen um ich siege den Gegner das ist jetzt hier fraglich ne hier um die frei zu schalten und hier müssen wir bestimmt naja Kürbis überleben die kriegen weil die Waffe also wenn ihr das wisst können wir uns kaufen und wie wir die kriegen wenn ihr das wisst würde er ja gerne mal sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal Vielen Dank.